Sie lieben es, vor dem Schlafengehen in Geschichten zu versinken. Mit Tolino genießen Sie jederzeit das ideale Leselecht auch am Abend. Tolino eReader mit integriertem Smartlight passen die Farbtemperatur der Displaybeleuchtung automatisch an den Tagesverlauf an. Von kaltweißem Licht am Morgen zu warmweißem Licht am Abend. So passt Ihr Leselecht immer zu Ihrem Biorhythmus und schont besonders am Abend Ihre Augen. Sie können Smartlight auch individuell an Ihre Vorlieben anpassen. Titten Sie auf der Startseite oder im Lesemenü ganz einfach auf das Sonnensymbol. Jetzt können Sie das Display Ihres eReaders individuell einstellen. Kleiner Tipp. In den Leseeinstellungen können Sie über einen Tipp auf das Zahnrad auch den Dunkelmodus aktivieren. Ist er eingeschaltet, werden die Farben auf dem eReader-Display invertiert. So ist das Lesen am Abend noch angenehmer. Die Helligkeit der Beleuchtung können Sie außerdem ganz bequem beim Lesen eines Buches durch eine Wischgeste am linken Bildschirmrand nach unten oder oben an Ihre Wünsche anpassen. Mit dem Tolino Smartlight können Sie auch vor dem Schlafen gehen ganz entspannt lesen, ohne den Partner zu stören.